Ja, unsere Erwartungen sind die, dass wir in diesem Netzwerk die Unterstützung bekommen, weiter an dem Thema arbeiten zu können. Wir planen als nächsten Schritt den Corporate Carbon Footprint unseres Standorts in Siegsdorf zu bestimmen, auch um wiederum die Stellschrauben zu erkennen, wo weitere Ersparnisse zu finden sind. Und nachdem wir eben Weltmarktführer sind, sind wir der Meinung, es ist wichtig, dass wir als Weltmarktführer auch hier vorne mit dabei sind und als einer der Ersten in der Branche sich intensiv mit der Thematik beschäftigen können.